Hähnloch, 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 Hähnloch! Liefst ein auf mein Hof, bekam ein Mann, ein Vertreter, der Rohp noch Vanille, IPAM. Ey, schau her, sagt der Erd zu mir, die neuesten Kraftfahrt, die wollen wir. Und das lecker Angebot speziell für dich, wo man mit mir liebt, das spielst du nicht. Die Striche, die Verstrickte in sein Gesicht, Uli, dein Angebot schert mich nicht. Die Vorheit wurde mit deinem heutigen Gehirnensteier, der von Bessa-Ulsa.